Bremst du mal ab? Geil, ich weiss schon! Geil! Endlich habe ich mich! Fett! Alter, sieht das Ding geil aus! Thomas, komm schnell zurück! Du musst mich vorbereiten, weil so wie ich sehe, der lauert auch schon! Geil! Wie geil! Aus Fahrzeug! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Alter, der gibt doch mal den Stoff, ey! Hätte ich auch noch, der wird fett! Summiereisen? Ja, ja! Komplettstrick! Ja, alles klar! Das Ding, man sieht mal! Wenn der Trager das nachher sieht, ey! Ich glaube, der platzt von heute! Ob er uns ihren hört? Boah! Warte, warte mal, was soll ich zum Beispiel? Kai, warte! Warte mal! Ja, ob ich das nicht! Adi! Mhhhhh! Mhhhhh! Hahaha! Was ist das? Der Heckflügel! Ja geil! Geil, Alter! So Gelegenheit, der weiß, hat er wiederbekommen. Gelegenheit! Gelegenheit!